Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 25. August 2021. Ihr heute Geek Talk Daily 1069. Heute mit den folgenden Themen 10 Jahre, Me, Apple Maps, Instagram, YouTube und Nest Cam. 10 Jahre ist es jetzt her. Gestern, um genau zu sein, hat Steve Jobs seinen CEO-Posten abgegeben an Tim Cook und seither ist er am Ruder. Was sich seither geändert hat? Einiges, vieles. Apple wurde offener, wurde anders, bleibt aber nach wie vor seiner Linie treu. Und Tim Cook sucht nach wie vor sein Next Big Thing. Next Big Thing. Das dürfen wir gespannt sein, was das sein wird. Thema Auto ist immer wieder mal da im Gespräch. Thema VR und vor allem auch AR oder Mixed Reality, was auch immer. Eine Brille. Ich denke, in den nächsten ein, zwei Jahren werden wir da sicherlich was sehen. Seit den zehn Jahren oder in diesen zehn Jahren hat er es auf jeden Fall geschafft, den Wert von Apple um 1000% zu steigern. Schon heftig. Ja, wie sich die Zeiten ändern können und wie so ein Unternehmen explodieren kann. Dann gibt es Neuigkeiten zum Smartphone-Hersteller Xiaomi. Gut, die machen nicht nur Xiaomi, die machen vieles anderes auch noch. Und vieles davon hat man bis jetzt unter der Marke Mi, also M-I, grosses M, kleines I gemacht. Auch die Stores etc. Überall ist dieses Ding drauf. Man hat es suggeriert mit Mobile Internet oder mit Mission Impossible, was auch immer, ist durchs Netz gegeistert. Und jetzt soll es anscheinend zu Ende sein damit. Man möchte sich von der Mi-Marke trennen. Wie genau, dass das passieren soll und ob sich das auch auf das eigene Android, also das Teil, was Sie oben drüber stülpen bei Android, das Xiaomi Miui, das werden wir sehen. Vielleicht am 15. September beim nächsten Event, wo Sie Ihr neues Flaggschiff-Smartphone vorstellen. Dann könnte man vielleicht schon ein bisschen mehr dazu wissen. Wer in Apple Maps unterwegs ist und da sich Restaurants oder andere Geschichten anschaut, Museen etc., der bekommt normalerweise Bewertungen aus dem Hause Yelp. Wenn ihr das Ganze aber in den Staaten nutzt, dann gibt es schon seit circa einem Jahr auch die Möglichkeit, dass man da Direktbewertungen von Apple-Nutzern bekommen hat. Und das weitet Apple jetzt aus. Leider noch nicht über die Staaten hinaus, sondern mit mehr Möglichkeiten. Man kann jetzt einen Daumen hoch und runter geben, so einen globalen Daumen. Und dann ploppt ein weiteres Feld auf, wo dann steht, über alles, Daumen hoch, Food und Getränke, Daumen hoch, Daumen runter. Der Service, Atmosphäre etc. lässt sich alles bewerten, plus auch ein Foto hochladen. Ich bin ja mal sehr gespannt, wann das dann auch zu uns kommt. Instagram scheint wieder mal ein bisschen am Basteln zu sein. Gut, das sind sie ja immer, aber anscheinend aktuell in den Storys wieder mal etwas. Da scheint es so, als würde jetzt ein Like-Button in die Storys kommen. Den kann man sogar mehrfach drucken. Mal schauen, was daraus wird und ob der kommt, würde dir Daumen hoch und so weiter nutzen. Ich nutze da immer die Emoji-Geschichten. Was ich jetzt ziemlich unberuhigend finde, hier auf der Seite, wo ich gerade bin, hat sich die Werbung neu aufgeladen oder aktualisiert. Und jetzt wird mir Xiaomi-Werbung angezeigt. Hi, Google hört halt einfach mit. Da sehen wir aber gleich auch noch bei Google. Das Partnerprogramm, ich habe die Woche, glaube ich, schon mal davon gesprochen, wird ab dem 1. November mit einer grösseren Neuigkeit kommen. Nämlich all diejenigen, die ins YouTube-Studio rein möchten, also da, wo man sich die ganzen Zahlen herholen kann, die Videos verwalten etc. Der muss zwingend die Two-Step-Verification aktiviert haben. Wenn ich Google wäre, würde ich das generell für alle Konten machen, dass man da nur noch so reinkommt. Und nicht nur für die Creator, aber da ist es natürlich nochmals wichtiger als bei einem normalen YouTube-Kunden. Ja, habt ihr Two-Step-Verification aktiviert? Ich hoffe doch schon. Ansonsten wäre das jetzt gerade eine gute Gelegenheit. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Mittwoch und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.